Heiß, heißer Motsi Mabuse. Der TV-Star ist gerade mit Let's Dance auf Deutschland-Tour unterwegs und begeistert seine Fans fast täglich mit heißen Outfit-Schnappschüssen. Auch in Braunschweig posiert die schöne Tänzerin aufreizend in einem goldenen Käfig. Ihr glitzerndes Leo-Kleid könnte kaum kürzer sein und in Kombination mit den goldenen High Heels ist die gebürtige Südafrikanerin hier wirklich verdammt sexy. Das knappe Paillettenkleid kommt natürlich auch bei ihren Followern richtig gut an. Löwin im Käfig, tolles Foto. Oder Boah, Motsi, du bist der Mega-Hammer, heißt es in den Kommentaren. Das stimmt allerdings. Die 38-Jährige ist nämlich bekannt für ihre ultraheißen Outfits und scheut sich nicht, diese mit ihren Fans zu teilen. So wie dieses lange Musterkleid, in dem ihr Dekolleté besonders gut zur Geltung kommt. Dabei betont die Let's Dance-Jurorin immer wieder, wie wichtig es ihr ist, zum eigenen Körper zu stehen. Motsi ist stolz auf ihre weiblichen Kurven und begeistert einmal mehr in diesem mega heißen Raubkatzen-Look. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.